hallo ihr süßen heute sind wir wieder bei hashtag anis reise und ich habe auch schon direkt aufgemacht hier denn wir sind wieder bei aura tank wenn ihr euch erinnert im letzten part haben wir uns den wohnwagen trailer angeguckt und hier sind die beiden süßen hier sind die beiden süßen kummer und finder sind geschwister auch wenn kummer ein wenig die mutterrolle übernommen hat diese beiden sind entstanden für feier bei 19 18 im journal let's play und selber dorada zu beleben anis reise zu verschönern ich wünsche viel spaß beim kennenlernen ich liebe sie ich liebe sie werden sie mir jetzt direkt einmal runterladen so hier haben wir kumba kaita und sie ist auf jeden fall scheinbar schon mal die ältere von den beiden also die süße mausi die die mutterrolle übernommen hat und sie bringt auf jeden fall tierische farbe in mein gameplay und ich liebe sie dafür jetzt schon das war eben ihr alltags outfit hier haben wir ihr abend outfit hier haben wir ihre sport bekleidung hier ist ihre nachtwäsche hier ist ihre ausgekleidung badebekleidung heißes wetter und kaltes wetter sie sucht den inneren frieden hat eine vorliebe und zwar orange finde ich super sie ist ein fröhlicher geselliger und selbstsicherer sim und ich liebe ihre haare bist du will ich liebe dieses ganzen bobbel es ist einfach fantastico ich liebe hier haben wir finden da kaita befinden da ist eine tierfreundin fröhlich und unberechenbar auch ich liebe unberechenbare sind acht mit denen macht es immer so spaß zu spielen gucken wir hier einmal rein ihre lieblingsfarbe ist pink das sehe ich auch super auch die pinken haare richtig richtig schön ich liebe den style der beiden das ist ihre alltagskleidung hier haben wir das abend outfit hier haben wir die sport bekleidung hier haben wir die nachtwäsche die ausgekleidung die badebekleidung heißes wetter und kaltes wetter und ich liebe die beiden jetzt schon da vielen vielen dank für das erstellen dieser wunder wundervollen sims ich hoffe sie werden pauli alarm ich hoffe sie werden jede menge spaß in dieses gameplay bringen und werden auch mal in unserem park haustisch auftauchen so wie die anderen sims die ich platziert habe auch ich werde sie jetzt gleich noch mal als ungespielt kennzeichnen wenn ihr diese wundervollen sims haben wollt dann schaut doch gerne einmal unter dem hashtag annis reise vorbei hier unter auger tank zu finden und lasst doch gerne ein bisschen liebe bei unserer aura sie hat wundervolle grundstücke und sims dabei ich scroll mal einmal durch ihren katalog ich versuche das auch immer alles mal ein bisschen anders für euch vorzustellen aber hier sind tolle sachen dabei auch bestimmtes zimmer wie wenn ihr ganz bestimmte früchte auf jeden fall sucht und viele viele wundervolle ideen und es schaut einfach wie gesagt gerne einmal vorbei bis dahin passt auf euch auf bleibt gesund und feier im herzen auch ein bisschen weiter ja 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 Vielen Dank.